Der Zona-Mikrophone mit einem weiteren XP-Glitch für euch. Gebt einfach diesen Map-Code ein, bedenkt aber bitte hinten die 11 dran zu setzen auf der Konsole und so, beziehungsweise am PC das V11 und dann kommt ihr hier in so eine Zwischenlobby. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, kommt ihr hier in diese Map. Dort findet ihr einige Waffen, ihr müsst aber nichts aufheben. Ihr nehmt einfach euren Greifer, den ihr schon in der Ausrüstung habt, geht hier einmal auf den Tresor zu, zieht euch hoch, dann lasst ihr euch runterfallen, baut einen Boden hier ein und schon müsst ihr hier mit diesem, ich sage mal Secret Award Knopf, also mit diesem versteckten Knopf interagieren und schon hagelt es hier XP. Mal wieder nicht so 10 oder 20 Stück, sondern richtig ordentlich in die Tausende. Macht das Ganze schnell, ihr könnt nicht gebannt werden, aber morgen wird es wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, geholfen, lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr neu auf meinem Channel seid, droppt ein Abo, wir sehen uns in anderen Videos, haut rein, meine Freunde.